Hey liebe Leute und herzlich willkommen zum fünften Part von Earthworm Jim. Letztes Mal waren wir beim Bungee Jumpen gegen Mr. Dr. Schnodderrods. Heute geht's ins Forschungslabor. Wenn ihr schon da seid, lasst gerne ein Abo da und wir starten rein in die Folge. Schon sind wir im nächsten Level. Level 5. Aha. Hat das keinen Namen? Das heißt einfach Level 5? Nehmen wir mal so hin. Okay. Anscheinend sind wir auf irgendeiner Raumstation oder so. Ah, okay. Da ist gleich ein Haken. Hilfe! Da wollte mich ja irgendwas angreifen. Oh Gott, Hilfe! Das ist ja unter Strom, das Ding. Okay, was ist das für ein Alien da oben? Da kommen Würme raus. Warum sagt mir das denn keiner? Oh Gott. Ich hab schon gefragt, warum ich gleich gekillt werde. Ich hatte nur 20% Leben. Warum? Zur Hölle. Vielleicht hast du das auf dem letzten Level noch. Kein Strom bitte. Dankeschön. Ich will nur ein bisschen Money. So, jetzt müssen wir irgendwie überleben, hä? Oh Gott. Das ist einfach mit so einem Mistviechern hier. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir es nicht irgendwie schaffen. Oh Gott. Ist das ein Stapelding? Ne. Aber Heilung. Oh Gott, Hilfe im Gehirn! What the hell? Mother Brain? Okay. Achso, man kann da raufspringen. Gut zu wissen. Aber was ist da oben? Das würde ich doch gerne noch wissen. Vielleicht gibt es hier irgendwas Specialiges. Aha, man kann rutschen. Also nein. Dann wissen wir es jedenfalls. Oh Gott. Okay. Okay. Geht's noch unfairer? Oh Gott, Hilfe, da ist eine Schlucht. Ach scheiße, da muss ich aber lang. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Ach ja, da ist ja ein Gehirn auf dem Boden. Ganz vergessen. Hier baller ich auch lieber rum. Die Gegner sind mir nicht geheuer. Dieses Brain da. Das will ich erstmal holen. Hä? Wo ist es hin? Es jumpt einfach weg und dann ist es gleich wieder hier, oder? Ganz vorsichtig. Nein, ist nicht da. Sehr schön. Und Heilung. Oh Gott. Heilung ist so wichtig in dem Spiel. Vor allem jetzt gerade. Okay. Ich würde sagen... Okay, wir können da nicht einfach rauf. Und ich werde 500 Mal getroffen und habe es wieder nicht geschafft, darüber zu kommen. Warum bloß? Ist das Gehirn jetzt wieder da? Nö, ist weggesprungen. Na gut. So. Okay, das ist ja ganz schön abgefuckt. Ja. Oh. Ein bisschen Heilung. Immerhin. Gottes Willen. Das war ja jetzt schon schrecklich. Ja, ein bisschen Money. Nehmen wir doch gerne mit. Ein bisschen Heilung. Okay, und nun? Müssen wir da wahrscheinlich rauf. Und uns nicht von Strom erwischen lassen. Oh, noch mehr Heilung. Sehr schön. Was bist du? Oh, ist wieder einer. Bloß weg damit. Okay, ich habe irgendwas aktiviert. Vielleicht rechts lang? Nein. Okay. Warum wird mir nicht gesagt, was aktiviert wurde? Okay. Ich bin schon wieder verwirrt, Leute. Wo soll ich lang? Ich muss zurück. Wir schauen einfach mal. Ich will aber nicht zurück. Oh, okay. Der muss ja dann wieder rüber springen. Aber da ist auch so eine Rutsche gewesen. Ich gucke nochmal. Okay. Brain Boy ist weg. Den gibt es anscheinend wirklich mehr. Ah, jetzt ist hier eine Leiter. Also ein Treppe. Schöne Royal Treppe. Ich wollte gerade sagen, der einzig entspannte Moment in diesem Spiel. Aber da wird nicht lang. Okay. Da ist noch ein Brain. Oh Gott. Oh Gott. Das habe ich schon kommen sehen. Dass sie mir ins Gesicht regnen. Oh Gott. Wohin? Okay. Ich weiß es wohin. Nein. Ich weiß doch nicht wohin. Aua. Mitten drauf gelandet. Meine Güte. Woher soll ich denn wissen, wo das Level weitergeht? Sagt mir das doch. So. Also hier können wir hoch. Ahoi. Da müssen wir hoch. Und das müssen wir ein bisschen schneller machen. Oh Gott. Panik. Nur ein bisschen. Also ganz wenig. Ah. Doch. Es hätte gereicht. Verflucht. Ne. Es hätte nicht gereicht. Jetzt bin ich verwirrt. Da oben ist der. Alles klar. Plus nicht unten. In den Strom rein. Lieber safe landen. Als in der Gefahr. Mann. Ich vergesse immer, wo die sind. Okay. Jetzt haben wir es, glaube ich. Raus. Ach. Da oben hin. Und rüber. Oh. Den Haken brauche ich gar nicht mehr. Easy. Oh Gott. Dann ist es easy. So. Wir werden mal bloß weg machen. Viel Leben haben wir nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwo Heilung. Oh. Continue. Oh. Warum nicht? Oh. Und ordentlich Heilung. Oh. Ja. Oh. Da ist gut. Oh. Wir sind im Käfig gefangen. Was zur Hölle? Das Spiel überrascht einen auch immer wieder. Sollen wir uns jetzt eine Richtung aussuchen? Ach. Ich bin hier drin gefangen und werde jetzt angegriffen. Alter. Als ob. Oh. Ordentlich gebeten. Oh. Ich bin hier drin. Als ihr euch vorstellen könnt. Aua. Deswegen wurden wir aufgeladen. Ach. Das Spiel wäre auch sonst zu nett gewesen. Okay. Es geht weiter. Okay. Darf ich auch wieder raus? Das wäre super nett von euch. Ich fühle mich hier ein bisschen, äh, klaustrophobisch. Oder ne? Warum? Warum? Ich dachte, der schießt da hoch. Ich dachte, der schießt da hoch. Okay. Wo geht's bitte ganz hin? Leute, wo wollt ihr mich denn hinfühlen? Erzählt's mir doch. Okay. Was geht's hier hoch? Aha. Oh, ich krieg Muni. Oh nein, das kann nichts Gutes bedeuten. Das hat eben auch nichts Gutes bedeuten, als ich Heilung gekriegt hab. Oh nein, ich werde voll gehealt. Ah ja. Das gleiche Spielchen schon wieder, hä? Bloß diesmal doppelt so viele. Kennen wir schon. Ne? Wo kommt ihr? Oh Gott, Hilfe. Da kommen sie. Dauerbillern. Trotzdem treff ich nicht. Okay. Wieso treff ich die denn nicht? Ich meine, ich schieß auch an der Unternehmung, aber ich treff doch auch ab und zu mal, oder nicht? Hä? Aber, hä? Okay. Versuchen wir wohl nochmal. Das Spiel wird auf jeden Fall nicht netter zu uns, das ist schon mal sicher. Ich muss ja noch ein bisschen öfter ballern. Okay, vielleicht auch in die richtige Richtung dann lenken. Ach, das ist gar nicht so leicht. Die sind so schnell, die Dinger. Ich weiß doch nicht, wo die herkommen. Oh Gott, ich hab welche weggeknallt. Oh, das war's dann aber auch schon. Ja, okay. Okay, doch nicht so okay. Okay, irgendwie kommen die immer gleich. Nein! Ja, sie kommen immer gleich. Okay, alles klar. Dann, äh, hätte ich ein bisschen mehr Energie behalten können. Okay, es geht noch weiter. Könnt ihr mich mal bitte aus diesem Käfig lassen? Was ist denn das? Ich will das Spiel spielen. Oh, okay. Ja, ich durfte raus. Ah, das sind wohl Stacheln, hä? Da holt ich nicht rein. Okay, da kann ich wo rüber springen und wir werden wieder unter Strom gesetzt. Und kriegen ordentlich was zu ballern. Komm her, Brain. Ich hab dich. Okay, ist hier irgendwas? Was ist das denn? Ein Affe. Ein Auge. Neue Gegners. Hä? Oh, der Affe ist jetzt weg oder was? Was war das denn? Sah irgendwie so weird aus. Das ist nicht richtig erkannt. Na gut, dann schwingen wir uns hier mal rüber. Und fallen in die Schlucht. Das ist der Affe. Ach, der dreht da dran. Und dann kommen die Augen da raus. Ah, okay. Vielleicht ist das ein Boss. Auf jeden Fall hat er irgendwie einen Doktor auf dem Kopf. Und die teilen sich irgendwie ein Gehirn. Was zur Hölle ist mit diesem Spiel verkehrt? Ist das weird? Ich darf vielleicht drüber springen einfach? Ja. Ach, da ist er wieder. Vielleicht gegenballern, damit er nicht noch mehr Augen da rausholt. Das wird wohl unsere Widersache an Level 5 sein. Und diese Gehirne. Und diese Stromdinger. Und alles ist irgendwie gefährlich. Ja. Nein. Wieso kommen da jetzt Augen raus? Einfach so. Da dreht doch gar keiner. Unfair. Und wir sind wieder da. Und da ist ein Brain. Und da ist er wieder oben. Ha. Gleich gegengeböllert. Ist nicht mitgerechnet, hä? So schnell abziehen. Oh Gott. Das ist ja noch Naudiff. Hilfe. Das Auge will mich. So reicht's mir. Peitsch ich dich halt. Okay. Da können wir wieder schwingen. Und rüber. Oh Gott. Knapp als gedacht. Hilfe in Brain. Haha. Hast mich wohl nicht erwischt. Du lahm Arsch. Und rüber. Oh Gott. Okay. Achso, ich kann dann hoch springen. Ja lol. Meine Güte. Ich hab ihn eben noch gesehen. Dann hat er mich doch noch überrascht. Okay. Da gibt's wieder was zu ballern. Was ist das denn? Wird weggebeamt. Okay. Was zur Hölle. Okay. Da gibt's noch mehr zu ballern. Ja. Schön die Schlucht mit den blöden Würmern. Äh. Kann ich da irgendwie rüber? Achso, ich kann einfach runter. Oh Gott. Wim. Dann leben die Würmer auch noch. Glaub ich auch dran denken können. Einfach wegböllern. Denn läuft das. So wie ich. Hahaha. Okay. Hier können wir wahrscheinlich auch runter. Ein bisschen Heilung ist immer gut. Kann nie schaden. Zwei von den Mistviechern. Solange die Würmern erstmal weg sind. Das ist auch gar nichts Schlimmer als hier. Oh Gott. Kann ich doch da durch? Hilfe. Hilfe. Nein, mein Anzug. Jetzt aber schnell. Jui. Oh Gott. Nein. Ja, wick mir doch nicht zu. Komm hoch, Bon. Ich brauche dich doch. Oh, ich glaube, ich muss mich beeilen. Das Anzug weg. Oh Gott. Wenn ich nicht so ein Lamasch wäre. Aua. Ich bin getroffen. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, wir haben einen Anzug wieder. Oh Gott sei Dank, ey. Und um einen Anzug bin ich doch nur ein Wöhmchen. Ein Earthworm. Ohne Gym. Obwohl, Gym heiße ich trotzdem. Haha. Nein. Ich bin genau da unter. Ja. Oh nein. Okay. Wir wissen jedenfalls, was passiert jetzt. Wir sind ein bisschen drauf vorbereitet. Ach, ich kann hier Muni einsammeln. Sehr schön. Nehmen wir doch ein bisschen was mit zumindest. Das brauchen wir vielleicht auch für den nächsten Bossfight. Aua. Wer weiß, was uns da erwartet. Ja, noch mehr Muni. Oh Gott, hier gibt es Gegner. Das ist ja unfair. Uh, schnell weg. Da muss ich mal doch ganz praktisch. Und so ein Bandilatorn. Hilfe. Komm her, Anzug. Ich brauche dich. Da oben ist ein Gegner. Ja, und weggemacht. Und rüber. Ah, läuft. Trotzdem ein bisschen knifflig mit den ganzen Fließbändern und so. Schnell weg. Bloß immer schön wegbördern, dann gehen sie eigentlich auf den Keks. Ja, ich weiß nicht, ob ich da oben nochmal hin muss. Deswegen schieße ich ihn auch erstmal ab. Besser ist it. Mann, überall diese Brains. Gott, der Helle. Wimma. Wimma. Sackbeutel. Keine Ahnung, was das für Dinge sind. Irgendwelche Aliens. Ah, da können wir hoch. Oder? Da will ich nicht festhalten. Na gut. Dann halt nicht. Wenn du nicht willst. Dann gehen wir andersrum. Oh Gott. Ja, die bleiben aber immer auf einer Ebene. Das ist schon mal ganz gut. Nein, ich wollte doch nicht runter. Na gut. Gehen wir nochmal rum. So. Oh Gott. Ne, ich muss springen. Ich darf mich da oben nicht festhalten. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja. Diesmal haben wir es. Oh, Brains. Und Heilung. Heilung nehme ich gern. Euch nehme ich nicht so gern. Weg mit euch. Weggeschossen. Ach, die können ja doch hoch. Was zur Hölle. Habe ich euch über den Haufen. Ihr Schweine. Wo das hier noch ein bisschen Heilung ist. Habe ich ihn? Hat sich so angehört zumindest. Okay. Habe ich wohl. Und es geht weiter. Mal gucken, wann der Boss uns erwartet. Ich glaube, so weit sind wir nicht mehr weg. Oh, da unten gibt es ganz schön vier Heilungen. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Aber ich komme da nicht ran. Also ist es auch wieder okay. Wie lange ist das Level eigentlich? Zack, zack. Ja, wird schnell geschossen. Leute. Da guckt ihr. Da gibt es trotzdem vier Heilungen. Schön, dass es immer noch nicht. Oh, hier irgendwelche Stromdinger. Oh Gott, der wirft ja jetzt. Okay. Ist das schon sowas wie ein Boss? Komm her, du Schwein. Nee, ich kann ihn nur weghalten, glaube ich. Also muss ich schnell runter durch. Okay. Okay, wir laufen einfach. Oh Gott, der ballert ja immer noch. Oh, dann schnell runter. Oh Gott, der ballert ja immer noch. Aua. Hör auf jetzt. Du Nervensegel. Trau dich lieber. Wie bist du bitte so schnell? Ich muss mich verarschen. Aua. Ja, schnell hoch. Ja, noch höher. Oh, Gottes Willen. Was, eine Tutu. Erstmal speichern. Oh Gott, wieder Augen. Okay. Hä? Unendlich viele? Was soll denn das immer? Es wird immer ungerechter hier. Er wundert mich auch nicht. Geh doch runter jetzt. Er bewegt sich gar nicht mehr. Hä? Was war das denn? Da hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Okay, ich konnte weder hoch noch runter. Alles klar, danke, Spiel. Ey, baller die doch weg jetzt. Alter, wie viele. Da kommen noch mehr. Okay, leicht übertrieben. Aber nur ganz einfach. Also, so gut wie gar nicht. Und es kommt unendlich. Das ist das Problem. Ja. Einfach schnell durch. Ich kann verzichten, ihr blöden Augen. Oh Gott. Jetzt kommen auch noch die Wormtypen. Okay, ein bisschen müssen wir leider abknallen. Und da ist er auch schon wieder. Ich glaub's bald. Lass mich doch in Frieden. Junge. Ich krieg auch keine Energie dazwischen. Alter. Was ist das für ein Geböller? Millionen, aber Millionen von Feinden. What the hell? Ich frag mich, ist da irgendwann eine Pause dazwischen? Runter mit dir, Junge. Ist ja schön, dass du festhalten kannst, aber es bringt uns gerade nicht viel. Okay. Okay, man muss aus dem Bildschirm raus, dann sind die Augen irgendwie weg. Ich hab vier Prozent. Wie zur Hölle soll ich das bitte überleben, Leute? Gar nicht. Ist die Antwort. Oh Gott. Okay, irgendwann war eine Lücke abpassen. Das wär sie gewesen. Das wär sie gewesen. Ach Mann, oh. Sah so gut aus. Ja. Nicht festhalten. Ich hab gesagt, ich hab dich festhalten. Was verstehst du daran nicht? Okay, da kommt er wieder. Müssen wir nochmal wegkloppen. Ob wir die Würmer wegmachen können. Und dann schnell durch. Okay, er trifft uns zumindest nicht. Nur seine Geschosse. Ah, verdammt noch eins. Mann. Also wenn ihr eine andere Möglichkeit seht, wie ich hier durchkomme. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Und er hält sich immer fest, obwohl er es nicht soll. Jetzt sind wir schon wieder nur noch 14. Das wird doch schon wieder nichts. Wir laufen einfach. Ach, geht ja nicht, weil da jetzt der Wurmtyp kommt. Ach Mann. Kann ja auch nicht rutschen oder so. Das wär auch sehr cool für das Spiel. Zumindest in so einer Situation. So, durchlaufen. Affentyp, du gehst mir... Jetzt trifft er mich doch. Au. Ein Fläschchen. Auf jeden Fall. So, es gibt nur eine Möglichkeit. Speedrun. Huja. Aua. Voll reingesprungen. Egal. Die kommen weg. Aua. Jetzt sind die schon wieder zu weit unten. Uuuh. Na okay. Auf ein neues. Ah Mann. So knapp. Ich glaube, gerade am Anfang kann man ganz gut durch, ohne getroffen zu werden. Zumindest kann man es versuchen. Aber die nerven halt, weil sie dann hinterher fliegen. Das ist alles nicht so einfach. So, den haben wir schon mal, den Wurm vorziehen. Die wärme auch. Und durch. Ein bisschen ablenken. Hahaha. Hat überhaupt nichts gebracht. Nein. Da war irgendwas. Habt ihr gesehen? Muss ich dagegen? Oder muss ich einfach durchlaufen? Okay. Okay. Einfach kleinere Jumps. Dann geht das. Oh Mann. Ich bin zu fett einfach. Mit meinem fetten Handzug. Aber ich brauche ihn, um Leute abzuknallen. Gut. Den haben wir. Ich weiß nicht mehr, wohin. Okay. Okay. Das ging schon mal relativ gut. Irgendwie werde ich immer getroffen. Es ist einfach zu viel Gegner, die hier unterwegs sind. Jetzt kommt wieder unsere Lieblingsstelle. Ja, doch. Ich darf ihn berühren. Ich war mir wieder nicht sicher. Ich geh einfach durch. Ist mir egal, ob das Ding ist. Ich würd gern gucken, ne? Aber ich bin jetzt durch. Ich bin jetzt durch. Weiter! Oh, Gottes Willen. Speichern. Sagen wir es so. Mit 4% weiterzumachen, macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber vielleicht klappt es ja. Au! Okay, wir sind One-Hit. Deswegen ganz doll aufpassen. Einfach durch. Bitte, lass irgendwo Heilung sein. Irgendwo. Was zur Hölle nun? Mit 4%? Wie soll ich das denn besiegen? Ja, wir versuchen es einfach nochmal. Und im Notfall opfere ich einfach ein Leben für dieses Level. Ich glaub, das ist auf jeden Fall worth. Denn das ist wirklich nicht ohne. So, da ist es. Dome ist irgendein Ziel. Okay, hab ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Ich opfer ein Leben dafür. So, schauen wir doch mal. Was hast du denn genau drauf? Okay, er schießt mit Eiern. Kann ich ihn treffen? Oh Gott. Okay, nicht so richtig, ne? Kann ich klatschen? Ne. Muss da oben gehen, ne? Ah. Okay. Boom, Junge. Oh Gott, explodiert die Eier. Okay. Hier wird's... Ist... Der hat den Schiege... Fragt. Oh Gott, er hat mich aber gleich... Mann, wie schnell der ist. Ich komm nicht aus der Ecke raus. Junge, spring doch in die Richtung, in die ich linke. Ja, Treffer. Oh Gott. Au. Na, zumindest wissen wir jetzt, wie er funktioniert. Das ist schon mal gut. Boom, er kriegt gleich schon mal ne Klatsche. Bringt das eigentlich was, darüber zu springen? Nein. Dann kommt er einfach an und rennt mich um. So, das Einen nehmen wir weg. Ach nein, ich muss ihn da unbedingt treffen. Ich glaub, das wär schon nicht verkehrt. Mann, das waren auch immer so Abbounce. Was soll denn des? Treffer, Schwein, äh, Huhn. Aua. Man kann noch kaum rüberspringen. Das ist auch wieder sehr freundlich. Vom Spiel. Boom. Nein, das war richtig dämlich. Mann, kennen ihn. Oh, das war so knapp. Oh, das war nicht so knapp. Au. Mit Verfolgungs-Eiern. Ist das mies. Wie oft soll ich ihn in der Treffung? 500 Mal? Aua. Bestimmt mindestens. So, da kommt er. Und das war daneben. Uah. Und das war getroffen. Ja, der erste Treffer ist schon mal nicht unwichtig, glaub ich. Aua. Kommt so schlecht da weg. Jawohl. Schnell da durch. Mann, wie lange fliegt der denn? Das ist auch irgendwie random. Nein, ich würde ihn treffen können, Idiot. Und die unten nehmen wir immer schnell raus. Treffer versenkt. Bleiben wir vor einer Pelle. Oh, das ist unfair. Ich brauche mehr Platz zum Fighten gegen das Drecksding. Nein, 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 nein. Ja, zwei. Reicht's denn aber auch. Wieso hat er es nicht getroffen jetzt? Hä? Wie unfair ist denn das? So, jetzt aber. Aua. Aua. Aua, aua, aua. Ich komme da nicht raus. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Also sehr viel unfairer können Spiele denn auch nicht mehr werden. Zack. Jetzt aber. Ja, falsche Richtung, Idiot. Aua. Die war richtig. Bisschen baiten. Und ein bisschen reinspringen. Okay. Zack. Treffer versenkt. Hier rüber. In die Mitte. Nein. Oh, ich wollte ihn unbedingt treffen. Das war wieder viel zu risky. Der fliegt. Zack. Treffer. Hä? Ich habe doch... Achso, ich habe zu schnell umgedreht. Boom, Junge. In den Scheißen rein. Oh Gott, der ist immer noch da. Okay. Jetzt fallen wir einfach. Okay, ähnliche Mechanik wie mit Dr. Snod. Dr. Mr. Schnollerfritz. Oh Mann. Ich muss mir besser ausweichen. Ich habe ja nichts mehr zu ballern. Ach, der Klatsche. Yeah. Oh Gott. Ich habe ja kaum noch Energie. Was hält der denn bitte aus? Ja. Es explodet. Wir haben ihn. Alter Schwede, war der nervtötend. Groovy sagt er dazu nur. Und wieder Andy Asteroids. Ich glaube, diese Frage wird nie beantwortet werden. Und wer zur Hölle ist Andy? Das haben wir auch noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist das ja unser Gegner, der immer gegen uns fliegt. Oh, diesmal sind sie so ein bisschen lila gehalten. Wunderbar. Mal gucken, wie viele Asteroiden uns jetzt entgegenschießen. Wahrscheinlich wieder ein paar mehr. Zack. Ich bin weggeblockt. Haha. Oh Gott. Ja, das war ein ganzer Stapel. Aber wir kommen jetzt gut durch. Bis jetzt. Oh Gott. So viele Sachen zum Einsammeln. Aber das Speed, den wir nicht haben. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht geben die Ballons uns so oder so ein bisschen mehr Speed, dass wir ein bisschen besser vor unserem Kontrahenten bleiben können. Ich weiß es noch nicht. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall sammeln wir die immer schön. Ich nehme einfach so ein Ding. Und fliege hier so ein bisschen random durch. Ich hoffe, ich kriege noch ein Schild. Weil ich weiß nicht, was uns noch erwartet. Im letzten Teil ist es ja nicht so gut gelaufen mit dem Rennen. Aber diesmal sieht das bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Wieso blinke ich eigentlich? Ich hätt mir jetzt gerade mal auf. Da sollte ich aber nicht hingucken, weil ich sollte nach vorne gucken. Ah, okay. Ich habe aber eingeholt werden. Oha. Ja. Oh Gott. Das war knapp als gedacht. Nein. Ja. Gott, wir haben es. Wir haben es geschafft, Leute. Beim ersten Try. So muss es sein. Hallo, die Partner. Wir sind mal wieder durch. Und dürfen uns den nächsten Planeten ansehen. Das war es mit dem fünften Part von Earthworm Jim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Peace, Leute. Ich bin raus. Bye, bye. We go. We go. Stay. ие no. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.